Wenn Sie auf der Suche nach einem besten Hundemantel sind, gibt es ein paar Dinge, über die Sie vor dem Kauf nachdenken sollten. Sie sollten sich für eine Art Hundemantel entscheiden, um die Auswahl einzugrenzen. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Hundemantel-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Hotahundemantel gehört zu den teureren Modellen. Andererseits bringt es auch viele Vorteile und Extras mit sich. Das granitfarbene Design ist schick und edel. Das Innenfutter reflektiert die eigene Körperwärme des Hundes, sodass es unter der Jacke nie zu warm und nie zu kalt wird. Das Außenmaterial ist wasserdicht, sodass Regen und Schnee nicht eindringen können. Die Form der Jacke sorgt dafür, dass die größten Muskelgruppen ihres Vierbeiners optimal geschützt und warm gehalten werden. Es gibt auch eine Kapuze, die bei Bedarf die Ohren schützt. Bei Dunkelheit und Dämmerung helfen die angebrachten Reflektoren und schützen vor Gegenverkehr. Die Leine lässt sich dank einer Öffnung einfach befestigen. Der Mantel ist zudem besonders leicht und beim Tragen kaum spürbar. Ein weiterer Vorteil, die Rückenlänge ist verstellbar, sodass der Mantel unterschiedlich großen Hunden passt. Trotzdem sollten Sie vor der Bestellung genau nachmissen, eine Größentabelle hilft Ihnen bei der richtigen Wahl. Auf Nummer 4 Auch der Wolters Hundemantel hat sich im Test bestens bewährt. Das schwarze Design der Outdoorjacke ist zurückhaltend und passt zu jeder Fellfarbe Ihres Vierbeiners. Dieses Modell ist in mehreren Größen erhältlich, daher sollten Sie Ihren Liebling genau ausmissen und bei der Bestellung die Größentabelle verwenden. Die Jacke ist warm und außen mit wasserabweisendem Nylon beschichtet, was Sie zu einem zuverlässigen Begleiter für Ihren Hund im Herbst, Winter und Frühling macht. Reflektierende Streifen an Kragen und Rücken sorgen zudem für ein hohes Maß an Sicherheit. Dank der Klettverschlüsse lässt sich der Mantel schnell und einfach ein- und ausziehen, der den wahre und damit flexible Bauchlappen passt sich jeder Hundefigur perfekt an. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3 Der Symbollife Hundemantel ist sehr stylisch und passt sich dank des schwarzen und klassischen Designs wunderbar jeder Fellfarbe an. Das Außenmaterial besteht aus 100% wasserdichtem Nylon, was es ideal für Spaziergänge bei Schnee und Regen macht. Auf der Innenseite ist ein wärmendes Vlies eingearbeitet, das den kleinen Vierbeiner kuschelig warm hält. Zusätzlich sind reflektierende Details aufgenäht, sodass abends oder frühmorgens keine Gefahr durch den Straßenverkehr besteht. Das Fell reicht bis über den Bauch, sodass auch bei frostigen Temperaturen für ausreichend Wärme gesorgt ist. Das Material ist sogar unter dem Bauch elastisch und passt sich somit jeder Körpergröße perfekt an. Der Mantel eignet sich besonders für kleine Hunde, wie Terrier oder kleine Bulldoggen. Auch Katzen finden im Mantel Platz. Bei Nummer 2 Auch der Hundemantel speziell für Dackel hat sich als sehr guter Hundemantel erwiesen und konnte im Test auf allen Ebenen überzeugen. Wenn Sie einen Hundemantel für sehr kleine Hunde und speziell für Dackel und Dackel kaufen möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Der Mantel ist optimal an die Körperform von Dackeln angepasst und lässt sich dank Druckknöpfen einfach und sich eröffnen und schließen. Die Knöpfe ermöglichen sogar einen größenverstellbaren Verschluss, sodass der Umfang flexibel angepasst werden kann. Die Oberfläche des robusten und strapazierfähigen Materials ist feuchtigkeitsabweisend, was Spaziergänge bei Wind und Wetter möglich macht. Schnee und Regen können hier nicht eindringen und Ihr Hund bleibt trocken und warm. Dazu gehört auch ein traditioneller Kotkragen, der nicht nur den Hals Ihres Vierbeiners warm hält, sondern auch noch sehr schick aussieht. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste Dieser Hundemantel für den Winter und besonders kalte Herbsttage ist ein besonders günstiger Hundemantel und kommt in Größe erst zu Ihnen nach Hause. Damit ist er besonders für kleinere Hunde perfekt geeignet und sitzt wie angegossen. Dieses Modell ist als aktueller Testsieger hervorgegangen und kann so mit aus unserer Sicht als bester Hundemantel bezeichnet werden. Sie besteht aus robuster und strapazierfähiger Mikrofaser, die besonders saugfähig ist. Der Mantel ist nicht nur ein guter Begleiter bei kalten Temperaturen, sondern eignet sich besonders gut als Überzieher nach einem ausgiebigen Bad im See, Fluss oder Meer. Der Hundemantel ist auch für einen Spaziergang an einem verregneten Herbsttag gemacht und sorgt dafür, dass der kleine Liebling schön trocken und warm bleibt. Das Design in Braun wirkt wunderbar natürlich und passt sich jeder Fellfarbe perfekt an. Vielen Dank. Vielen Dank.